Für Bikerinnen und Biker, die im Urlaub auf nichts verzichten wollen, ist die Maremma in der Toskana die perfekte Destination. Das Epizentrum für Singletrail-Liebhaber ist Massa Maritima. Der Ort ist eingebettet in eine einzigartige Hügellandschaft und glänzt mit einem Wegenetz von mehr als 500 Kilometern. Davon allein 160 Kilometer gebaute Singletrails. Bei jeder Gelegenheit ziehen die Trailbrothers los, um den toskanischen Hügel noch mehr flowige Trails abzurinnen. Reicht, wenn die Trails aus eigener Muskelkraft, mit dem E-Bike oder dem Shuttle-Fahrzeug. Wenn dir mal nicht nachbiken willst, kein Problem. Nach nur 15 Minuten Fahrt bist du am Mittelmeer oder auf einem der bekannten Maremma-Weingüte. Auch die großen Kulturstädte wie Florenz, Rom oder Pisa sind nur einen Tagesausflug entfernt. Siena kann sogar mit dem E-Bike erreicht werden. Fazit? Wer gutes Essen, mediterranes Klima, Kultur und flowige Singletrails zu schätzen weiß, der wird in der Maremma unvergessliche Tage verbringen.